Ja, unser erster Angeltag ins Garsvac. Wir sind jetzt ungefähr fünf Stunden auf dem Wasser. Die Sonne scheint. Eigentlich sind wir nach Norwegen gefahren, damit es ein bisschen kühler ist. Hier weht ein warmer Wind. Ich denke mal, wenn man hier nasse Haare hat, sind die in drei Minuten trocken. Gefühlte 25 Grad. Gunnar? Ja. Kommt hin, ne? Das finde ich auch so, ja. Das ist irre. Ja, in der Kiste liegt ein Dorsch, 13 Kilo, ein Seelachs 7 Kilo und ein Heidelboot von 16 Kilo. Da oben ist das Nordkap. Da stehen die ganzen Touris. Und auch daraus ist das geografische Nordkap, hier in der Sonne. Und da drei Grad ein Steuerbord. Da müssen wir rein, wenn wir zu unserem Angeltagern wollen. D..! ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk